Hallo meine lieben Tanuki, grüß euch! Und zwar, ich bin jetzt gerade unterwegs im Fitnessstudio. Nach der Arbeit, auch wie das. Und, ja, ich bin gerade unterwegs und habe meine fetten Kopfhörer. Ich habe mir eine coole Musik. Ohne Musik ist gar nichts. Ich werde jetzt so, glaube ich, auch noch ein bisschen trainieren, ein bisschen laufen, ein bisschen Krafttraining machen. Wer weiß, ihr möchtet ein bisschen Muggelskriegen. Der Stefan geht da vorne, der mag nett aufs Video. Spielt heute aber. Und, ja, den zweiten Grad auch nicht groß, wenigstens da irgendwie. Und, ja, jetzt kommt jemand vorbei. Und, ja, nicht vergessen, Freitag bin ich auf einer Uni-Party. Das wird sehr, sehr witzig. Insbesondere, wenn der liebe Markus ein bisschen leicht betrunken ist. Wie gesagt, die Fliege, die stiegen ja immer rauf im Montag. Und, ja, ich habe jetzt Spaß beim Sport. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, liebe Tandokil. Tschüss. Tschüss. Tschüss.